Das Rentier. Das Rentier spricht zum Rentierhalter. Wie hoch schätzt du mein Rentieralter? Ach, Rentier ruft der Rentierhalter. Du bist schon längst im Rentenalter. Darauf rennt das Rentier zum Verwalter der Renten für die Rentierhalter. Du fragst am Rentierhalter Rentenschalter, ob es auch eine Rente kriegt im hohen Rentieralter. Denn, sagt das Rentier, so eine Rente, wenn die ein Rentier kriegen könnte, käme ich vielleicht als Rentierrentner auch in ein Rentierpflege-Altencenter. Der Mann am Schalter zeigt Verdruss. Na, Rentierrente, bist du denn bestoß? Für dich und alle Rentierbiester gibt es weder Rente noch im Förderfonds vom Riester. Das Rentier fragt. Warum denn nicht? Der Mann sagt. Na, das rentiert sich nicht. Wir sind eine Rentenbank für Rentierhalter. Versuch's mal beim Rentierschlachtbank-Schalter. Der Rentier ist Rentierfroh an Sinschnurstracks zur Rentierschlachtbank hin. Geht vornhereins ins Schlachtbankhaus und kommt als Rentierhalter Rentnersweg zur Hintertüre wieder raus. Bleibt uns auch dieses Los erspart, bald trifft es den deutschen Rentner hart. Der Traum vom Rentnerglück, er stirbt für alle in der Alterspyramidenfalle. So, das war's. Applaus